Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich sitzt Kim neben mir vom Kanal OUFruit, aber wir haben die Intro Datei verloren und deswegen drehe ich das Intro jetzt noch mal kurz nach, damit ihr wisst um was es geht und das Video nicht so abrupt anfängt. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Wir starten einfach gleich mit der ersten Frage und das war, wie wir dann unser Wasser trinken? Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Ohne, ich auch. Ich habe früher mit Kohlensäure getrunken, habe mir das irgendwann abgewöhnt, weil ich keine Lust mehr hatte, die Flaschen immer hochzuschleppen. Ich habe früher immer mitgetrunken und konnte mir nie vorstellen, ich fand das so abgestanden, das Wasser ohne. Mittlerweile finde ich es aber viel angenehmer, weil man viel mehr trinken kann in der Kohlensäure und es ist einfach angenehm, wenn du nicht so viel Luft ummagen hast. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich dieses Durststillen so mit Leitungswasser nicht hinbekommen habe. Was gab es bei dir gestern Abend zu essen? Kartoffeln mit übrig gebliebenem Blumenkohl und übrig gebliebener veganer Bratensauce. Ich habe ein grandioses Rezept für fast fettfrei vegane Bratensauce. Was gab es bei dir? Bei mir gab es Wraps, ich hatte mal welche gekauft bei Aldi, da gibt es so Meerkorn-Wraps mit Leinsamen und dann hatte ich noch ein paar Reste zu Hause und habe die einfach so reingemacht und habe dann noch so eine Cashew-Creme dazu gemacht, einfach so ein bisschen Cashews mit Wasser, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Lecker! Was ist deine Lieblings-App? Instagram, schon immer, seit es Instagram gibt. Kann ich unterstreichen, ich weiß nicht, heißes Fiskul-Cam? Finde ich auch sehr gut. Oder VSCO, keiner weiß, wie man das ausspricht. Vielleicht sollte ich mich noch empfangen. Ja, das finde ich auch cool. Snapseed finde ich auch cool, das ist auch so ein Foto bei Arbeidungsprogrammen. Das war nicht früher irgendwie, aber irgendwie, ja. Ja, und jetzt halt so langsam immer mehr auch Snapchat, also das macht mir auch richtig viel Spaß zurzeit. Das mache ich auch richtig gerne. Aber Instagram ist unangefochtener erster Platz. Hattest du mal ein Haustier? Ja, ich hatte total viele Haustiere, also wir hatten fast echt einen halben Zoo zu Hause. Das ging damit los, dass meine Schwester und ich uns immer einen Hund gewünscht haben. Und ich und meine Mama sind aber ganz schlimm auf Hunde allergisch, das macht halt dementsprechend gar keinen Sinn. Und dann haben wir irgendwann Hasen bekommen, drei Stück zu Ostern. Wir waren die glücklichsten Kinder auf der Erde. Dann war es aber immer so ein bisschen blöd, wenn die gestorben sind, weil dementsprechend waren wir dann auch ziemlich traurig, da musste natürlich immer ein Neuer her. Und dann waren wir irgendwie so in dem Zirkel gefangen. Hatte ihr den Garten, wo ihr die verbuttelt habt? Ja, na klar. Und dann haben wir ein Kreuz gemacht. Und dann hatten wir immer Hasen und Meerschweinchen, zwei Hamster, die total aggressiv waren und uns immer gebissen haben. Kanadienvogel, Wellensittiche. Und irgendwann hat es meiner Mama dann gereicht und dann hat sie gesagt, so, wir kaufen jetzt einen Hund. Und es gibt allergikerfreundliche Hunde, die werden so gezüchtet. Verrückt. Ja, die werden so gezüchtet, dass sie nicht so viel Unterfell haben. Dementsprechend haben wir jetzt immer auch den Hund. Der ist Maxi, der ist so ein kleiner Mischling. Gibt es so bestimmte Arten eigentlich, die allergikerfreundlich sind? Ja, also Pudel sollen ja total allergikerfreundlich sein. Die Haaren auch nicht so. Genau, die Haaren nicht so. Golden Retriever glaube ich auch. Hast du ein Haustier? Zuhause nicht, also bei mir zuhause. Meine Eltern haben mittlerweile vier Katzen. Mir ist es sehr unangenehm immer. Aber wir hatten früher schon immer so viele. Meine Mama ist auch so eine, die hat immer gesagt, na, also zu uns Kindern, na, wollt ihr nicht noch Meerschweinchen oder so? Also es kam immer von mir aus. Eigentlich nur, weil sie nicht gerade. Ja, sie wollte. Wir hatten Pferde, wir hatten Hunde, wir hatten Katzen, wir hatten Meerschweinchen, wir hatten Mäuse, Schildkröten. Schildkröten? Gänse, Fische, Papageien. Aber ich wollte immer wieder im Garten. Ich wollte immer wieder im Garten. Die wurden aber auch geschlachtet von meinem Papa in der Garage. So war das Landleben damals. Was ist dein eigentlicher Lieblingssong? I can feel my face von The Weeknd. Wo alle immer sich die Ohren so gehalten haben, wenn sie das Land aufgedreht haben. Und mittlerweile feiern sie es auch alle total. Und sonst höre ich total gerne zurzeit den auf Spotify Dein Mix der Woche. Der ist seit drei Wochen bei mir. Tut sowas von gut. Finde ich jedes Lied gut. Ja, was ist mein Lieblingssong? Ich kann es auch immer nicht so sagen. Vor allem, ich merke mir auch immer Songs nicht. Weil ich immer diese Playlisten höre, dann habe ich die im Ohr. Okay, aber ich weiß immer nicht, wer das singt oder von wem das ist. Aber ich habe kürzlich auf Snapchat nämlich auch bei Ricardo Simonetti gesehen. Der hat immer High by the Beach im Hintergrund laufen lassen. Und seitdem höre ich ganz, ganz oft Landed Way. Und ich habe eigentlich nie was mit ihr anfangen können. Und jetzt kam das Album raus und jetzt höre ich das die ganze Zeit. Obwohl ich nie davor was, also ich habe nie davor die gehört irgendwie. Und jetzt bin ich so gefangen davon. Aber sonst ist auch sehr schön Beach House, dass zum Beispiel auch gerade das Album rauskommt. Was ist das Peinlichste, was da je passiert ist? Also ich habe mir mal mit einer Freundin geschworen, dass uns nie wieder was peinlich ist. Wir haben uns echt mal so einen Schwung gegeben, haben wir sogar unterschrieben. Wir haben einen Vertrag aufgesetzt, uns ist nie wieder was peinlich. Mit drei? Ja, gefühlt mit drei. Weil alles, was wir jetzt machen, hat irgendwie einen Grund und uns darf es unangenehm sein. Aber nicht peinlich. Und ich hatte eine unangenehme Situation und zwar saß ich in der Bahn. Und dann kam jemand rein mit, ich glaube der hatte so einen Rollator vor sich oder sowas. Und ich saß da und hatte Kopfhörer drin und habe es nicht so richtig gemerkt. Und dann hat der mir nur wie so eine Art Ausweis vor das Gesicht gehalten. Und dann dachte ich, er möchte die Fahrkarte sehen. Ich suche so die Fahrkarte raus, zeige es ihm. Alle Leute gucken mich schon so komisch an und ich denke so, nööö. Und zeige ihm so meinen Schülerausweis. Und dann eher so, nee, ich will da sitzen. Und ich wusste halt nicht, dass es so Ausweise gibt. So einen Schwerbehinderten-Ausweis, ja. Genau, so Schwerbehinderte-Ausweise, dass man dann, wenn die diesen Ausweis, das wusste ich nicht, dass die dann sich da hinsetzen dürfen, sozusagen. Und ich hatte ihn aber auch gar nicht richtig angeguckt. Also ich hatte ihn gar nicht richtig registriert und habe ihm dann erstmal meine Fahrkarte gezeigt. Und es war halt in dem Moment so, alle haben gelacht und ich dachte so, ich hab's gar nicht gerafft. Gibt's bei dir irgendwas? Mir fällt jetzt aber gar nichts ein. Die ist noch nie was Keinliches passiert, ne? Immer alles total cool und lässig. Oh Gott, ich will aber was erzählen. Ich wette, dir sind so viele Feinliche, wo du mir so dachtest, oh Gott, es mir ist unangenehm. Ja, bestimmt. Ich vergesse halt sowas. Du hast unverträgert. Wie ist deine Beziehung zu der Person, der du als letztes geschrieben hast? Das muss ich nachgucken. Oh Gott. Jetzt kommen die Geheimnisse hervor. Also, die vorletzte Person warst du. Weil es zu spät war. Weil es zu spät gekommen ist. Und die letzte Person ist die Lisa. Und die Lisa ist eine gute Freunde von mir. Um was ging's denn? Um was es ging? Ja, du darfst es nicht verraten. Das muss ich mal gucken. Da ging's um den Geburtstag. Die hat nämlich nächste Woche Geburtstag. Und da haben wir was geschrieben, was wir ihr schenken und wir was machen. Und blablabla. Ich darf es nicht erzählen. Nicht, dass sie das sieht. Bei dir? Das war alles cool. Was hast du geschrieben? Dass ich zu spät bin. Ja. Was mir eigentlich nie passiert. Ja. Ja. Aber ich hatte die vorletzte Person. Das war meine Mama. Und die hat... Genau, ich war nämlich gestern im Joggen. In der Früh. Und ich habe mir irgendwie so am... Weiß nicht. Am oberen Bein so ein bisschen was verzehrt. Und nach dem Joggen irgendwie... Weil ich irgendwie... Ich geh halt dreimal im Jahr schon. Und... Das kann passieren. Das hat sich mal was verzehrt. Ja. Und das hab ich ihr geschrieben. Ich wollte so ein bisschen Mitleid. Wolltest du ein bisschen Mitleid. Ja. Ja, das war's mit unserem Video. Und wir haben vorhin, wie gesagt, schon eins gedreht. Wo wir so ein paar Fragen zu unserem Vegansein beantworten. Und das seht ihr auf Kims Kanal. Ich verlinke den unten in der Infobox. Vielen Dank, Kim, dass du hier warst. Beziehungsweise, dass ich hier sein durfte. Und wir die Videos gedreht haben. Und... Genau. Wenn ihr wollt, abonniert mich. Und auch Kim, ihr habt einen superschönen Kanal. Ich schaue ganz, ganz gerne ihre Videos an. Und... Mädels sind ja wirklich. Und... Genau. Dann verpasst ihr auch nichts mehr von uns beiden. Und... Sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.